Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Wir haben in unser Buch reingeguckt, in unser Fotoalbum und jetzt hat sich wieder alles verändert Chloe ist wieder da Yeah, geil, geil, scheiße Oh, geil, oh, Leute Geil, oh, Chloe ist wieder da Ich glaube gar nicht, wie ich mich gerade freue Oh, ist das schön Ich bin gerade so erleichtert, das glaubt ihr mir gar nicht, Leute, das glaubt ihr mir nicht, wie erleichtert ich bin Was haben wir denn hier This butterfly photo seems like a million years ago How much time have I altered since Was haben wir denn hier Oh, always makes me think of William and Chloe Oh, okay Oh, guck mal, hier ist die Wand Die war doch vorher nicht da, lass mich jetzt lügen Hmm Hmm We have to do three main things Right Uh, what things? One One Decipher Frank's logbook Two Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel And see whatever hidden shit he's got in his messages Three Beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan and the darkroom And I do have a gun now Keep it in your pants We'll have to do this on our own Dude, at least let me kick his ass, then rewind Fine, whatevs, it's your power Which I can't waste on shit like that Or Blackwell would be in big trouble At least you let me take that money to pay Frank off Don't remind me I just want him off your back Our back I know You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads Or to who And be careful of Stepcrack He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot I'm on it, partner I can't abuse this level of my rewind power It's way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past Mhm Mhm Dann sprung wir mal hier zurück, so weit wie es geht Zack Das ist aber krass, ich bin immer noch so geflasht, ich glaub mir hier keiner Ah, guck mal, jetzt ist hier das durchgestrichen, guck dir das an Ja, ja Ja, das ist Chloe Das ist meine Chloe Ich bin wieder zurück Die muss ja nicht alles wissen, ob die hier da treiben, ne Paper Verdammt Das ist eine wirkliche Exposé an der Prescott's Endlich So, und wieder an der Stelle Wer lesen möchte Pausiert an der Stelle und lest es euch durch, weil ich hab kein Ich hab echt keinen Bock das durchzulesen So, kommen wir zurück Ja, ich spule immer zurück So, wie man kann So Oh 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 Is das? Ja Ja Chloe Price was hier Äscht 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 so sonst wie ich habe hier eine e mail und wieder an der stelle lesen möchte posiert an der stelle und lest es euch durch das ist jetzt hier nichts mehr immer an froh ein foto gemacht und das war sogar das erste krass wenn man sieht ja hier sind noch 2468 neun stück 10 sind das war das erste jetzt ich habe vorher wenn er wäre gewesen aber war anscheinend nicht weil das fängt immer vorne an und geht dann durch bis hinten was okay dann hier so haben wir alles schon gedingst ich kann das level of my rewind power ist way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past wie jetzt wenn ich mich muss mir das noch mal rein pfeifen was jetzt gesagt hat so spulen vor das geht schneller ich kann das level of my rewind power is way too dangerous and I need to navigate the present without messing up the past so okay ich soll also nicht zurück spulen okay oh no that poor little bird has been trapped in here wenn wir vor hier sind der ist jetzt hier irgendwo hier wo 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 wir So, Vogel. Tschüss, Vogel. Das war ein Butterfly-Effekt. Hier ist das Bild. So, jetzt gucken wir hier nochmal. So, Hände waschen. Und Gesicht, natürlich. Wenn dann richtig, ne? So, was haben wir hier? Oh, das Blau-Die macht mich so glücklich. Das bedeutet, die reale Chloe ist wieder mit mir. Ne, irgendwie nicht. Ah, jetzt. Kann man da noch irgendwas anderes machen mit dem Vogel? Ich guck mal eben hier bei den Bildern. Ja, wo sind die Bilder? Da. Aber, ne, da ist nichts. Ich hab gedacht, da ist irgendwas vielleicht mit den Bildern. Aber, no. Na dann, Vogel, hier, hau ab. Na, das Fenster ist noch offen. Ne, das ist zu. Au! Oh, schade. Puhere Sache. Das hab ich nicht vorgehabt. Also. Türf. Zum Beispiel. Fenster. Und. Vöglein. Flieg. So, und jetzt gehen wir mal. Nach unten. Mal gucken, was uns da erwartet. Äh. Oh, oh, oh. Hm, der Fohl. Du hast diese Krieg gewonnen, Max. Du hast meine Familie abgeschossen. Ich begrüße dich. David. Ich versuche dich nicht zu schüttern. Ever. Aber ich werde niemanden schüttern. Chloe. Es ist zu früh, nicht wahr? Du musst einfach... Du musst dich wirklich vorsichtig mit ihr. Du musst nicht wegziehen, bis zum Schmack. Okay. Also sehen Sie. David ist nicht anders als ich, wenn er diese Familienfotos schaut. Ein Rekord. Es sind überall irgendwie Nachrichten. Boah, wartet mal, Leute. Die muss ich mal schnell so durchscrollen. Chloe? Okay. Mom hat wohl auch geschrieben und Justin und... Juliet und Dad und Courtney. So, das war's, oder? Yep. Schau! Diese poor Whales sind wie beached angels. Was ist hier passiert? Ich hab keine Ahnung. Note. Was hat man hier? Ouch. Ouch. David, do not be here when I get back from work. I mean it. Okay. Alter. Also sie sagt, so, äh, äh, Joyce, dass sie nicht möchte, dass er da ist, wenn sie von der Arbeit zurückkommt. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, da ist jetzt Geld drinne. Da waren vorher Kekse drin. Stuhl? Er steht im Stuhl. Er steht im Stuhl. Er steht im Stuhl. Er steht im Stuhl. Als Stuhlhocker? Ich weiß es nicht. Ich setz mich mal hin. Ich habe in dieser ganzen anderen Realität existiert. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Zeitung. Lass mal kicken. Ich denke, dass das alles mit meiner Vision von einem Tornado begonnen hat. Und wieder an der Stelle, wenn ihr lesen möchtet, pausieren, wenn ihr lesen möchtet. So. Schau mal hier. Hier ist ein Foto. Guck mal. Joyce muss sich so erschrocken. Hast du jemanden helfen, Max? Hier ein dicker Fernseher. Da war in der anderen Zukunft ein Röhrenfernseher. Der war aber nicht hier. Der war hier. Irgendwie. Und hier war Chloe drinne. Es sieht aus, dass David seine Autoverkauf hat. Vielleicht gibt es einige neue Beispiele. Die sind wirklich hier drinne. Die können ja nicht sein, oder? Oder? Das war hier. Aber ich, ich geh mal raus. Oh. Poor Birds. Ich glaube, David war nicht in der Mood, um sich zu schlafen. Hier ist die Schaukel. Aber die stand doch vorher anders. Oder? Ich glaub schon. Sonst gibt's hier nix, oder? Oder? Ist wieder ein toter Vogel. Überall tote Vögel. Hier los. Alter. Na gut. Ich glaub hier ist nichts mehr. Ja. Und Chloe war... War die denn? Hier. 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 Hier in diesem Raum war das. Genau. Könnt ihr hier so durchgucken. Ne, hier war die. Oder? Bin grad überfragt. Wo die vorher war. Ich wollte aber meinen, das war ich hier in der Garage. Wollte ich meinen. Oh ja, das war hier. Hier ist auch die... Die sind auch die Pükkale. Die standen vorher da. Das ist alles sehr, ne? So, was haben wir hier? What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Either Chloe stole another gun, or, David is out there armed. Wir wissen das nicht. Oh, sind wir hier? Oh, die andere Party da. So, locker. Was versteckst du vor uns? Hier stand ja vorher das Auto. Das hat er ja wohl auch irgendwie mitgenommen oder so. Ich weiß es nicht. Guck mal, was hier mal so ist. Oh, jeez. David ist auch die Wartelstelle packt. Guck mal hier das Ding in der Ofen. Nee, es geht ja. Gib mal, ja, ja. I can use that crowbar to pry open the locker. No. Sind wir hier? I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Gut, hier ist ne Map. Ab, also. Der ist ja mal drauf, Alter. Der ist ja mal unterwegs, hier. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Oh, das macht mich sad. Ich war so incredible, dass ich wieder see will. Ich wünsche ich auch. Schluss? Es ist mehr von David Manson. Er sollte das Abschiedsbrief. Abschiedsbrief von David. Ja. Oder sollte einer werden? Ich hab keine Ahnung. Okay, dann brechen wir jetzt mal das scheiß Ding hier auf. Das ist ja, wenn ich use mache. Ah, okay. Das geht nicht so einfach. Aber lässt sich das vielleicht... Äh, wo haben wir Dokumente? Hier. Ähm. Guck mal, Prolog. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Boah, das ist so viel zu lesen, Leute. Das klugt mich ja nicht, ne? Hier. Lese ich mich ja doof. Sorry, David, but... I bet you would do the same thing as me. So. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Fuck. Nicht dein Ernst. Boah, alter, was? Was hat denn der alles gesammelt? Hä? Das wurde von mir. What the fuck? Score. Zurück zu Chloe jetzt. Wir spulen mal zurück. Dann kann es keiner mit. So. Sieh ich dir? So einfach geht das. Oh, was ist denn hier? Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Excuse me. Just one picture, please. Click. Another photo from my Arcadia Bay wildlife series. Ah, ah, weil hier das Brett jetzt ist. Wenn die Garage aufgeht, geht ja... Ja, eben, ne? Oh, thank you. Sleep tight, my eggie-wags. Boah, ist das fies. Ist das fies, alter. Zack. Das ist ja echt fies. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Nehmen wir jetzt ein Foto. Jetzt haben wir ein neues Foto. Hier, da, bumm. Oh, guck mal, eins fehlt uns jetzt dazwischen. This is so my fault that Joyce kicked David out. Max Caulfield. Oh, was ist das hier? Looks like David already booked a room. Blitzhotel. Reserviert. 638. Haben wir wieder was rausgefunden, war. Wie ist das? Wie ist das, wo Scheid war? Aber. Aber, aber, aber. Ich möchte jetzt eine Aufnahmepause machen, weil wir haben schon wieder zu viel aufgenommen. Okay. Wir machen Aufnahmepause. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise hören. Und in diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.